Seit Jahren steht Alexander Bommes für gefragt, gejagt vor der Kamera. Nun kommt er mit einem bitteren Geständnis um die Eche. Ein neuer Tag, eine neue Jagd. Am Mittwochabend, 21. August, wollen Dominik Möller, Regine Fiedler, André Reiper und Marlene Aschmann das große Geld beigefragt, gejagt abstauben. Dabei steht ihnen allerdings der Jäger Manuel Hobeiger im Weg. Nachdem die erste Schnellrate-Runde über die Bühne gebracht wurde, geht es ins direkte Duell mit dem sogenannten Quiz-Vulkan. Bei der ersten Frage kommt allerdings nicht etwa die Kandidatin ins Straucheln, sondern ausgerechnet gefragt, gejagt Moderator Alexander Bommes. Gefragt, gejagt, Bommes steht auf dem Schlauch. Marlene Aschmann ist die erste von vier Kandidaten beigefragt, gejagt, die sich in Sachen Quiz-Fragen mit Manuel Hobeiger messen wird. Die Chemilabor-Antin bringt stolze 3.500 Euro mit an den Tisch des Jägers. Schon die erste Frage sorgt für gute Laune im ARD-Studio. Alexander Bommes möchte wissen, welches Tier kann mehr als 200 Jahre alt werden und ist damit das älteste Säugetier? Am Waltelefant B. Grönland-Wahl C. Riesenschildkröte Die Kandidatin ist sich relativ sicher, welche Antwort richtig sein muss. Alexander Bommes steht jedoch eher auf dem Schlauch. Gefragt, gejagt, Moderator sorgt für Lacher. Die Kandidatin entscheidet sich für B. Bommes fragt laut, ob C. wohl eine Fall sei, da die Lebensdauer von Schildkröten ja bekanntlich als lange gilt. Es ist ja nach einem Säugetier gefragt worden, entgegnet Marlene Aschmann diplomatisch. Warum lacht ihr da hinten so? Fragt Bommes mit Blick hinter die Kulissen. Wie es scheint, erntet der Moderator von seinen Leuten hinter der Kamera einige Lacher dafür, dass er selber wohl in die Falle der Fragestellung getappt ist. Seit 13 Jahren lachen die über mich, sagt Bommes und schmunzelt danach kurz. Seinen Kollegen nimmt er es also alles andere als böse.